Oh mein Gott, Leute! Der hat auch Self gehabt. Hab ihn! Team weg! Okay, beide hier drin. Ja! Okay! Ja! 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 Und jo Leute, Brud ist wieder am Start und heute gibt es endlich wieder ein neues Woosom-Video. Und ich war heute nicht ganz alleine, denn ich habe mir Equal und Funtool geschnappt und wir sind da in die Runden zusammen reingegangen. Ich glaube, eine Runde mit Funtool ist auch noch dabei und vielleicht auch noch Solos. Also ich habe für das Video auch wieder vier Tage aufgenommen und es hat alles gefühlt nicht funktioniert. Aber dann kamen ein paar sehr schöne Runden und da sind sehr geile Snipes und auch andere Kills dabei. Ich habe nämlich eine neue Lieblingsklasse und zwar spiele ich aktuell mit der M4-Variante hier. Die spiele ich so, mit GR-Mini-Rohpunkt sogar. Manchmal 50, manchmal 60er Magazin und ich bin auch zurück zur K gewechselt, weil die SPR halt einfach nicht mehr so gut ist, wie sie jetzt halt vor dem Patch war. Die K-Klasse sollt ihr noch kennen und ja genau, diese Variante hier sieht auch ganz schick aus. Ich glaube, die gab's in einem Battle Pass oder sogar im Shop, ich bin mir gar nicht sicher. Unterstützt mich gerne im Spiel, falls ihr euch was holt, dann Code AIMBOT hier eingeben, bei Creator unterstützen. Kurz noch mal der Hinweis, dass es bei Level Up gerade den Halloween Hunt gibt. Das sieht dann so aus. Da habt ihr auf jeder Dose diesen Sticker drauf, könnt ihn abziehen und habt da einen Code drauf und könnt da krasse Sachen gewinnen. Ich zeige die euch gerade mal im Hintergrund und ich zeige euch jetzt auch mal den Code, den ich hier habe. Ihr bekommt natürlich mit jedem Los auch etwas bei eurer Bestellung gerne den Code AIMBOT und ganz wichtig, nicht vergessen, falls ihr noch nicht 18 seid, freut auf jeden Fall eure Eltern, ob ihr was euch bestellen dürft. Und dann springen wir rein ins Video, mal gucken, ob wir den Sieg geschafft haben und es waren auf jeden Fall sehr geile Runden dabei. Ganz viel Spaß, let's go! Die Runde gerade hat schon wieder besser angefangen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist die Runde, wo wir innerhalb der ersten zwei Minuten gesnipet wurden, Max. Im Norden irgendwo vor dem Feuerwehrturm, glaube ich. Ich gehe mal runter. Also der ist unten, ja? Warte mal, ich glaube alle tot. Oh, hier ist er da. Oh, ja. Oh, habe ich. Genau, Blatt. Freunde, jetzt gibt es die Runde. Oh nein, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hatten ein paar Hits. Warte. Hab ihn, hab ihn. Team weg. GG. Ich gehe mal von vorne hier irgendwie rein. Doch, da ist noch einer. Habe ich K.O.? Schön. Ist ganz weg. Und sein Maid? Der muss da auch noch drin sein. Ja, links in der Ecke. Und, habe ich. Moin. Da sind sie. Oh, da schießt noch was. Ah. Weiß gar nicht, ob das so weit fliegt hier, der Pfeil überhaupt. Jetzt? Oh Mann. Die snipen beide. Ey, wie ekelhaft ist das gerade. Ja, gleich müssen sie aber move'n. Der Ende rennt hoch, K.O.? Nice. Nice. Wo ist der Maid? Wo ist der Maid? Da vorne? Der Maid ist hier noch. Achso, und der fährt hier mit dem Auto weg einfach. Der fährt einfach weg. Habt ihr einen? Das war ein anderes Team. Aber er legt ihn einfach im Stich. Achso, nee, das ist ein anderes Team. Weil hier ist die Leiche, die ich gesnipet habe. Äh, da kommt noch ein Auto. Loll. Kommst du klar? Ne, okay. Wo, wo, wo? Shit. Ah, der will... Oh, kleine Sau. Äh. Was ein Bug. Oh, Gottes Willen. Ich hole dich sofort wieder, ja? Ich versuche einfach da hinzufahren jetzt. Alles oder nix. Ja, ich glaube, es ist das Beste. Warte kurz. Ich parke hier. Und raus. Okay, nice. Oben drauf sind zwei. Na. Nur noch du bist von deinem Team übrig. Ring ist zu Ende. Oh, K.O. Oh, 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 sein Maid. Oh, oh. Ich hole den, ich hole den. Warte, warte. Warte. Kurz leise. Einer ist runter. Ja, der kommt, der kommt. Na, komm, na, komm. Der Maid ist zu mir rein, Loi. Also, fuck. Bam, Junge. So. Wie, das war nicht Team. Ach, hat sein Maid gerätzt, glaube ich. Oder der hat es selbst, dann wird es nicht richtig angezeigt Ne, ich hab den schon gemacht Jaja, dann hatte der hier selbst, das wird dann nicht richtig angezeigt Ne, ne Mein Aim Ey, ich hab so gechockt mit Aim Er lag, er war die ganze Zeit in der Ecke da Er war One-Shot Ah, ich hab noch Gulag Was? Was? Ne Ja, oh mein Gott Okay, Zekhills Oh, wo ist der jetzt? Oh Gott, wie viele sind hier? Oh nein, nein, nein Jetzt ist der Winner war dran, oder? Ja, ist ja meine erste Runde Ja, rein da Gehen wir noch das Geld mit, dann komm ich Was? Oben? Unten? Gute Hits Hinten raus Schon einer tot Ah, hier, ja Ja, gut Oh, den hab ich wieder Ich kann nur dafür auch nicht Halt mal deine Schüssen zurück Irgendwer landet Ja, beim Heli, beim Heli Na Oh, nee Hä, da bin ich, da bin ich Ähm, Osten Oh, steht zu Oh, da ist noch einer Einer Den hab ich schon mal Das musst du jetzt machen Wie viele denn? Das finde ich nicht gut Wo denn? Ah, hab ihn Okay, zu mir Oh, ich komm mal Alter Das war ein geiler Start Zack, tot Oh, ich hab aber Kimbo Dingle Ihr müsst mich kaufen, safe Oh, jetzt hätten wir schon Loot holen können Jetzt müssen wir dich Strenn ihn mal an Ich, ich hab's geschafft Toll Ja, lass mit dem Bus los Ich muss aber erstmal über meinen Loot wuseln hier Go, go Den hab ich schon weggeloadet Den Loot Ja, aber so ein bisschen Muni Naja, da müssen wir Vielleicht was liegen Munition haben wir Ah, nee Liegt einfach gar nichts mehr Und ihr lasst mich hier auch Äh, du droppst Ich hab Zack, zack Los Ja, wir holen dich gleich ab Ja, nicht, weil du musst noch lernen Dass wir ein bisschen schneller spielen Wahrscheinlich krieg ich dafür keinen Killware Oh, was schießt? Hallo Ja, 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 ich hab's schon Äh, beim gelben Haus Direkt vor uns, Nordosten Bitte Hier, das Ah, ja, ja Ich hab halt nicht Unmissiert Tada Oh, nein, jetzt hab ich die falsche Munition dabei Oh, nicht schon wieder Einer genockt Und drin Haben wir? Ja, okay Aber da müssen wir Ein anderes Team, das gepusht ist Nun können wir nochmal quitten Ich hab wieder die Blackout-Munition vergessen Bei der M13 Das ist gar nicht schlimm Oh, shit Äh, an dem Haus hier direkt Ah, ja, hier Und im anderen auch noch Gegenüber auch Gegenüber, ja Warte Shield Break ist Hat der den? Oh, anderes gegenüber Ich hab keine Platte Achso, anderes gegenüber Ja, hier Anderes gegenüber Hat K.O Hinter Hat K.O Ach, links auch noch Shield Break in dem Äh, genockt in dem gelben Ja, und genockt im grünen auch Hä, was ist das jetzt? Ist jetzt hier noch einer drin, oder? Ja, ja Müsst hier noch sein, ja Ach, der ist auch genockt, okay Also ein Gegner fehlt noch Hier ist auch einer genockt von mir Der ist wahrscheinlich mittlerweile wiederbelebt Ist das euer Luftschlag? Meiner, ja Dann sind hier zwei jetzt, ne? Ich hau mal Nate hoch Warte Oh mein, Frau, hinten im Klo Im Klo Ja, down Team weg Ich bin wieder da, weil ich der Beste bin Schneide ich rein Diese Selbstbeobschätzung Okay, wo sind da jetzt noch, Leute? Zeigt eure Waffen Hier, M13 Oh, 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 oh Wir können gerade nicht die Mp5 zeigen Moment Wo war das? Hier hinten Er ist downed Schön Anderer Schmutz um die Ecke Shield Break Ja, jetzt komm hin Aber Ich muss ja M13 Kills machen Die sind bestimmt gleich wieder zu dritt Ich spür das Wiederbelebt, Jürgen? Wiederbelebt Ah, come on Kann da mal wer Einer ist geflogen gerade wieder Hinter uns Ja? Hinter uns Ja? Habe ich? Ja Ja, Team weg Das war ja wieder Hä? Auto Komm, Auto, Auto Oh ja, Auto Der Trios macht ja echt Um einiges wäre schon was Shield Break Ja, K.O. Ja Weg mit hier Wieso war das wieder nur einer? Die Diebe Fahr ich da runter, okay? Ja, ich mach nen Ausgub irgendwie Die kommen auch Bei gut, bei gut, bei gut Hab ein K.O. Schön Ah, nee, schräf nicht Ja, der ist 1 AP Hab einen genockt, hab einen genockt Munition drauf Einer ist close, einer hinter dem Stein Und einer hinter dem Auto hier Okay, der eine ist weg Hab einen genockt noch? Nee, dann nur noch der hier Oh, von drüben Snipers von der anderen Seite Anderes Team Anderes Team Anderes Team Weil das hier habt ihr downed Das Team Anderes Team Ihr habt alle keine Platten, ne? Ich gönne euch alle meine Platten hier Ja, rindvoll Ich hab immer noch keiner Das war irgendwie ein bisschen aufteilen Ohne Witz Ich krieg einfach nichts ab Von den Platten Hier Ich geh mal Oh, hab einen K.O. Nice, 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 nice Street Break Schön Nein, er ist so low Hab ihn K.O. Letzter Der macht selbst wieder Belebung Ich hab ihn gefinished Wo ist der Letzte? Du hast rüber Ich war nur nicht beim Lodi Ja, waren wir alle nicht Ich geh auch nur bis zur Karte Der hat auch self gehabt Hab ihn Team weg Okay Ja Ihr habt 10 Kills Die Runde ist geil So Die Runde ist scheiße Jawoll Ich hab 10 Kills Die Runde ist geil Puh Droh raus Ab geht die Post Ist oben beim Feuerwehrtum gelandet Okay Was ist der Move? Weg da Die Frage ist Von wo wurdest du gesniped? Von links oder vom Turm? Und beim Feuerwehrtum Ja, ne? Ich seh da aber auch nichts Aber wir müssen ja eigentlich pushen Ja, lass mal machen Das nervt mich grad ein bisschen zu sehr Oben auf dem Dach Oh nein Vom Feuerwehrtum Okay, ich hab Trophy aus Versehen geworfen Läuft Ja Gut hits Okay Downed Auf dem Dach Ja, die pushen uns Die pushen uns Einer cracked Hier vorne In der kleinen Hütte Oh, der ist schon beim Flugzeug hier links Okay, da müssen wir uns Ich würde ein bisschen vorsichtiger stehen Was hast du nicht gesehen? Er hat den Shotgun Er hat den Shotgun Kannst du da gucken? Nein, einer ist Oh, der Sniper Lass mich Also der eine Hier sind zwei drin Wahrscheinlich Da drin ist der Shotgun Oh, er hat sich wieder geheilt Fuck off Nee Mann Ja Wo ist denn der Shotgun-Typ? Versteh ich nicht Den beide da in der Halle jetzt Da kommt einer jetzt Warte, warte, warte Der ist der Shotgun-Typ, pass auf Warte, warte Rutsch Komm Komm Gut, dass ich den einen Gefinisht hab Okay, beide hier drin Ja Okay Ja 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 Oder andere erzählt, oder? Überlebung, ja Ja, ich warte kurz Da ist er Nein Auf der anderen Seite Der Shotgun-Typ aufgepasst Ja, ich muss ganz aufpassen Das ist ganz böse, Mann Hat der überhaupt eine andere Waffe? Ja Der ist da weg, oder? Scheiße Jawohl, Junge Schön So Das war gerade Schön Ich hab nicht genug Geld Was haben die kein Geld, alle? Ja, natürlich Oh Oh, da Oh, der Batzen Ich bin nicht sterben Nee, hier sind die wieder Die sind hier wieder Alle? Also sind die genau da, wo sie eben waren? Ja Oh Oh, schieb mich nicht da rein, bitte Scheiße Ich fahr mal einen Schritt zurück Ja Ja, der Blitz da Ich hab leider nur ein Grau mit einem ganz komischen Visier Willst du mitfahren? Ja, bitte Willst du da hin, oder? Das ist halt ein Easy Kill für dich Ja, mal kurz gucken Oh, hinter uns auch Oh, da sind sie Oh Gott Das ist doch frech, dass sie hier sind Drück durch, drück durch Und der Sniper holt mich Du hast nach Gulag, drück durch Komm, der ist One-Shot, komm Komm Hinter dem In der Mitte Mann, wo ist der? Tschüss Nein Ah, da kann ich ja jetzt nicht nochmal hinfliegen Oh, ein Drop Oh Gott, der ist so selbstmord Meinst du? Mhm Go Es schießt schon Von wo denn? Ja, vom Dach Oben, oben, oben Ja, was soll ich machen? Von überall Also, hier wegbewegen wäre selbstmord, glaube ich Ach, wo? Von überall um auf dem Dach Ja Die müssen kommen Aber ich hab absolut nichts zu meilen Jetzt kämpfen sie Soll ich rennen? Rennen Mama Mann, das kann doch nicht sein, ey Ja, er hatte halt einfach keine Chance Ja, fünfter Geh, geh, haut rein, Leute Lass ein Abo da